Das waren für mich zwei sehr lehrreiche Tage für mich gerade als Anfänger. Ich habe sehr viele Neuigkeiten erfahren und allein auch die ganze Struktur, die hinter solchen Techniken dahinter steckt. Man meint immer erst malen kann eigentlich jeder, aber so diese ganzen Farbtechniken zu entwickeln von hell bis nach dunkel, also da gehört doch schon ein bisschen was dazu. Ich kann wirklich auch jeden anraten, der so ein bisschen mal Zeit findet bei dir, so einen Workshop einfach zu besuchen, weil das hat sehr viel Spaß gemacht, auch mit dem ganzen Team und so, die mit dabei waren. Da hat man auch viel dazugelernt und das ist einfach auch mal so ein Ausgleich zum beruflichen Alltag dann hin. Man kommt einfach da auch mal so ein bisschen runter. Klasse Guido, wo willst du denn Wilt hinhängen? Ich werde mein Bild erst mal schön bei mir im Büro aufhängen und dann beim Heiligabend einläuten, was wir ja jedes Jahr machen vom Wiesenweggebiet, werde ich das dann schön im Carport positionieren, schön mit der Lichterkette drum. Das können wir sagen, hier, das war unser zweitagiges Ergebnis nach zwei Tagen intensivster Arbeit. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und danke dir für diese tolle ganze Unterstützung dabei, dass ich viel noch einiges dazulernen durfte und wenn ich irgendwann mal wieder die Zeit finde, überlege ich mir nochmal so ein Workshop mitzumachen und dir wünsche ich einfach viel Erfolg weiterhin. Bleib so wie du bist und danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, danke Guido, hat mir auch Spaß gemacht.